Niemand, der ein Lebensmittel produziert, will viel Verpackung verwenden, weil er keine Verpackung verkauft, sondern jeder, der ein Lebensmittel produziert, verwendet die Verpackung, um das Lebensmittel so gut wie möglich zu schützen. Als Konsumentin denken Sie voll oft, warum ist das jetzt überhaupt verpackt? Meistens hören wir das zum Beispiel bei einer Bio-Gurken oder so irgendwas. Warum muss da noch irgendein Plastik rundherum gewickelt werden? Braucht man sich jetzt nicht mehr überlegen, ist das jetzt eine Flasche oder ist das eine Folie oder ist das sonst was? Ist es eine Fleischtasse, ist es eine Petschale? Da haben wir eigentlich so vorgefertigte Meinungen, die uns ganz klar sagen, dies ist gut, dies ist schlecht. Wie kann ich mich jetzt als Konsument zurechtfinden, wenn ich jetzt sage, Glas oder soll ich lieber eine Dose nehmen oder soll ich Plastik verwenden? Es ist die einfachste Möglichkeit, etwas für den Klimaschutz zu tun, einfach die Verpackung in den richtigen Behälter zu schmeißen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, wer nichts weiß, muss alles essen, der Podcast von Landschaft leben. Mein Name ist Maria Fanninger und bei mir ist heute zu Gast Harald Hauke. Ich freue mich voll, dass du da bist. Du bist Vorstandssprecher der ARA. Das sagt uns jetzt wahrscheinlich alle ein bisschen was, weil wenn man Verpackung umdreht, dann liest man das. Und ich weiß von unseren Konsumentinnen und von unserer Community einfach, dass dieses Thema Verpackung immer ein großes Thema ist. Man spricht viel drüber, man weiß ganz wenig drüber. Und wie ich mit dir gesprochen habe, bin ich draufgekommen, okay, den hole ich mal in den Podcast. Dann wissen wir hoffentlich bald alle mehr über Verpackung. Ja, vielen Dank einmal für die Einladung. Ich hoffe, ich kann alle deine Fragen zur Zufriedenheit beantworten und freue mich auf den Podcast. Und voll schön, dass du da bist. Natürlich als Anfang vielleicht einmal gleich zu deiner Person ein bisschen, dass du uns was erzählst. Und natürlich auch die ARA, man kennt das. Man weiß, auf der Verpackung steht das drauf, aber kein Mensch weiß, glaube ich, was das eigentlich genau ist. Und vielleicht erzählst du einfach drüber. Also die ARA ist ein sogenanntes Sammel- und Verwertungssystem für Verpackungen, für Elektroallgeräte und Batterien. Der Faktor kommt jeder Konsument, jede Konsumentin mit uns hoffentlich mindestens einmal in der Woche oder manchmal auch öfter in Berührung. Wir haben in Österreich circa zwei Millionen Sammelcontainer stehen. Also das ist die rote Tonne, die gelbe Tonne, die blaue Tonne und die Glastonnen. Und wir haben circa 2,2 Millionen Haushalte an der gelben Sack-Sammlung angeschlossen. Und hoffentlich, und wir wissen das aus Umfragen, nutzen 90 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, nutzen unsere Sammelbehälter, um dort ihre Verpackungen zu entsorgen. Das ist Mülltrennung voll wichtig. Also zumindest habe ich das in jungen Jahren mitgekriegt in der Schule. Ich habe das heimgetragen. Meine Eltern haben dann gesagt, okay, wieso brauchen wir jetzt auf einmal drei, vier bis Kühe, wenn früher hat einer gereicht. Das war ja in den 90er Jahren, würde ich fast sagen, 80er, 90er Jahre, wo das voll forciert geworden ist. Mittlerweile merke ich immer wieder, dass ich im Land wirklich voll fein säuberlich meine Sachen trenne. Jetzt sitzen wir da gerade in Wien und ich bin immer wieder überrascht, was in Wien dann in die verschiedenen Mülltonnen quasi wieder reinkommt, dass relativ viel im Restmüll eigentlich landet. Warum ist das grundsätzlich unterschiedlich oder warum soll man überhaupt Müll trennen? Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir in Österreich zu den eifrigsten Sammlern von Verpackungen gehören. Also wir erreichen heute bei Glas, Metall und Papier die Ziele 2025. Teilweise überfüllen wir die Ziele 2030. Die kommen von wo, die Ziele? Die Ziele kommen aus der EU oder vom österreichischen Abfallwirtschaftsgesetz oder von der Verpackungsverordnung. Zum Zweiten, warum ist das so wichtig? Weil das sind ganz, ganz wesentliche Rohstoffe für die österreichische Industrie. Wenn man sich vorstellt, dass wir eine Million Tonnen an Verpackungen, also eine Milliarde Kilogramm Verpackungen sammeln wir pro Jahr. Und wir geben der österreichischen Industrie, der Glasindustrie, der Papierindustrie, der Metallindustrie, der Kunststoffindustrie viele hunderttausend Tonnen an Sekundärstoffen wieder zurück. Was einerseits einen Faktor in der Wirtschaftlichkeit hat, aber natürlich auch einen extremen Input, was die CO2-Reduktion betrifft. Und das dritte, du hast du angesprochen, Wien versus Land. Da muss man schon fair sein. Man darf Wien jetzt nicht mit Linz, Graz oder Eisenstadt vergleichen, sondern Wien musst du mit Paris, mit Hamburg vergleichen. Und da hat Wien ausgezeichnete Sammelquoten. Wien hat tendenziell hohe Sammelquoten, natürlich nicht so hoch wie in einem Stadtgebiet mit 15.000 Einwohnern. In Wien leben zwei Millionen Menschen für höhere Anonymität. Deswegen sind dort die Sammelmenge pro Kopf etwas geringer. Aber Wien unternimmt wahnsinnig viel, dass diese Sammelquoten jedes Jahr weiter steigen. Aber gewisse Dinge werden zum Beispiel getrennt am Land und in der Stadt dann wieder in einen Misskübe reingeworfen. An was liegt das, weil da einfach mehr verbrennt wird oder was ist das? Es ist so, dass wir hatten bei Metall, bei Glas und bei Papier haben wir eigentlich in Österreich eine einheitliche Sammlung. Wir hatten bei Kunststoff bis zum letzten Jahr noch fast zehn unterschiedliche Sammelsysteme. Also ich sage immer, wenn du in Baden wohnst, in Wien arbeitest und in Kärnten auf Urlaub fährst, dann hast du Kunststoff unterschiedlich gesammelt. Das hört sich auf. Ab 01.01.2023 hat der Gesetzgeber gesagt, alle Kunststoffverpackungen sind zu sammeln. Und ab 01.01.2025 werden Kunststoff- und Metallverpackungen gemeinsam gesammelt. Also am Ende des Tages hast du Glas, Weiß- und Buntglas, Papier, die rote Tonne. Und dann hast du quasi für den Rest hast du dann die gelbe Tonne oder den gelben Sack. Und das wird wesentlich dazu beitragen, dass es für die Konsumenten und Konsumentinnen noch viel bequemer wird, Verpackungen zu sammeln. Ich finde es voll schön, dass das ein wichtiges Thema eigentlich ist, weil wir, wenn wir die Dinge im Kreislauf kalten, eigentlich nichts ausgeführt und nichts verloren geht. Also ich merke das immer, wenn wir natürlich auch als Lebensmittelproduktion anschauen, ist das genau das Gleiche, wo man da eigentlich einen Kreislauf produziert. Dann ist es eigentlich auch im Einklang mit allem, mit unserem Leben, mit unserer Natur, mit unserer Ökologie und so weiter. Das ist eigentlich schon immer schön zu beobachten. Beim Müll ist es genau das Gleiche. Im Endeffekt ist es eigentlich so, sobald irgendwer aus dem Kreislauf was rausfällt, dann wird es eigentlich zum Problem. Wenn es im Kreislauf drinnen bleibt, in irgendeiner gewissen Weise dann eben nicht. Hier steht es für das Zukunftskreislaufwirtschaft quasi sozusagen. Was heißt jetzt Kreislaufwirtschaft im Verpackungssystem? Im Prinzip geht es darum, was du schon gesagt hast. Es gibt ja die lineare Wirtschaft. Die lineare Wirtschaft sagt quasi, man nimmt einen Rohstoff, man macht ein Produkt damit und nach dem Ende der Benutzung schmeißt man es weg. Und die Kreislaufwirtschaft sagt, der Rohstoff, der einmal entnommen wurde, und das ist insbesondere wichtig, weil wir in Österreich kaum Rohstoffe haben, wir importieren ja das meiste, dass jeder Rohstoff so lange wie möglich im Kreislauf bleibt. Wenn man das vereinfacht mit einer Glasflasche nimmt, eine Glasflasche kannst du unendlich oft einschmelzen. Das hat auf der einen Seite einen extremen Mehrwert, weil du pro 10% Scherben zum Beispiel 7% den CO2-Footprint reduzierst. Und eine dunkle Flasche in Österreich besteht bis zu 90% aus Scherben. Also wir haben da einen unmittelbaren Umwelteffekt und wir haben natürlich auch einen Effekt, was Wirtschaftlichkeit betrifft, weil man natürlich durch diesen Sekundärrohstoff auch wirtschaftlicher agieren kann und Kosten spart, weil ich nicht die primären Rohstoffe, die wir in Österreich oft gar nicht haben, sozusagen aus dem Ausland nach Österreich kann, muss, sondern ich habe ja das Glas schon im Lande. Und das kann ich wieder in der Glasfabrik gut zum Einsatz bringen. Wenn wir jetzt einmal den Bereich Einweg herholen, dann stimmt das ja eigentlich gar nicht, sozusagen. Also Einweg würde das dann gar nicht heißen, weil wenn ich etwas wegwirfe, wird es eigentlich noch im Kreislauf gehalten. Genau, ich sage immer, es gibt Einwegverpackungen, es gibt Kreislaufverpackungen und es gibt Mehrwegverpackungen. Wobei Einweg heißt immer nur, du kannst das nur einmal verwenden. Also wenn ich die berühmte Glasflasche in den Restmüllcontainer schmeiße, dann ist es eine Einwegverpackung, weil dann geht es in den Restmüll, dann geht es in die thermische Verwertung, ich kann daraus nichts mehr machen. Wenn ich die Glasflasche in den Glaskontainer schmeiße, dann wird es zur Kreislaufverpackung, weil die geht wieder zurück in die Glasindustrie, wird eingeschmolzen, es wird eine neue Flasche gemacht. Die Mehrwegflasche genauso, die Mehrwegflasche wird halt öfter befüllt, dazwischen gewaschen, aber geht dann wieder zurück in die Glasfabrik und wird dann wieder zu einer neuen Glasflasche. Das heißt, du hast jetzt eh voll schön erklärt, wie ich jetzt eigentlich als Konsumentin agieren kann, dass ich die Dinge lange im Kreislauf halten kann. Wenn ich das in die falsche Tonne haue, nachher bin ich eigentlich genau der, der muss... Das ist das Wichtigste einfach, dass wenn man eine Verpackung, eine leere Verpackung hat, dann bitte unbedingt in eine dafür vorgesehene Tonne schmeißen. Also wie gesagt, ab nächstes Jahr haben wir immer drei verschiedene Tonnen. Wenn es im Restmüll landet, wir können es aus dem Restmüll nicht rausholen, im Restmüll geht es in die sogenannte thermische Verwertung, wird verbrannt, wird immer noch Energie, Warmwasser und Wärme erzeugt, aber wesentlich mehr können wir damit machen, wenn es in die richtige Sammeltonne geworfen wird. Als Konsumentin denken Sie voll oft, warum ist das jetzt überhaupt verpackt? Also manche Dinge sind verpackt, wo man gar nicht hin will. Meistens hören wir das zum Beispiel bei einer Bio-Gurken oder so irgendwas. Warum muss da noch irgendein Plastik rundherum gewickelt werden? Und natürlich hat das einen Effekt auf unseren Lebensmittelmüll. Also wenn die Dinge länger halten, wenn wir das Produkt schützen, dann produzieren wir weniger. Die Gurke ist auch mein Lieblingsbeispiel. Bei der Verpackung geht es ja nicht darum, dass man irgendwas verpackt. Also niemand, der ein Lebensmittel produziert, will viel Verpackung verwenden, weil er keine Verpackung verkauft, sondern jeder, der ein Lebensmittel produziert, verwendet die Verpackung, um das Lebensmittel so gut wie möglich zu schützen. Wenn ich jetzt die Gurke hernehme, diese berühmte Folie, die da drüber ist, führt dazu, dass die Gurke doppelt oder dreimal so lange hält. Und wenn ich keine Folie drüber habe und die Gurke ist nach drei, vier Tagen ausgetrocknet, habe ich einen ganz, ganz schlechten Effekt, weil ich erstens Lebensmittel verschwende. Und wir wissen, Lebensmittelverschwendung heißt, ich verschwende Ackerfläche, ich verschwende Wasser, das ist überhaupt die wichtigste Ressource, die wir haben. Und wenn ich gut verpacke, dann ist das Lebensmittel geschützt. Und was auch die wenigsten wissen, dass beim Lebensmittel ist der Klima-Impact 3 bis 3,5 Prozent. Also der CO2-Impact ist einstellig der Verpackung. Und 97 Prozent des CO2-Footprints macht das Lebensmittel aus. Also 97 Prozent, wenn ich wegschmeiße, schmeiße ich 97 Prozent CO2-Footprint weg. Und nur 3 Prozent ist die Verpackung verantwortlich. Wenn die Gurke lange hält, habe ich natürlich extrem positive Effekte, auch für die Landwirtschaft und für den Wasserverbrauch. Es gibt natürlich auch Studien darüber, dass man sieht, dass die Lebensmittel dann nicht so leicht weggeschmissen werden oder nicht so schnell verderben und so weiter durch die Verpackung. Und das hält sich ungefähr die Waage, sogar laut verschiedensten Studien, dass man eigentlich diese 3,5 Prozent auch durch das, dass man weniger Lebensmittelmüll verursacht, dann auch wirklich das wieder quasi einer Arbeit sozusagen oder ist sogar mehr. Ja, also wichtig ist immer, dass das Lebensmittel so lange wie möglich hält und die Verpackung in den richtigen Container geschmissen wird. Weil wenn es dann in die gelbe Tonne landet, dann machen wir es der Verpackung ja wieder. Die geht ja dann in eine Sortierung, in eine Verwertung, daraus wieder Rezyklat. Und das kann ich dann wieder verwenden, um eine neue Verpackung zu produzieren. Deswegen macht man sich oft unnötig viele Gedanken um die Verpackung. Mit einem Federstrich können diese Gedanken quasi weggelassen werden, wenn man es in die richtige Sammeltonne schmeißt. Dann kann man total mit ruhigem Gewissen sagen, ich habe was getan für die Umwelt, mein Lebensmittel hat länger gehalten und die Verpackung wird nicht irgendwo im Restmüll sozusagen nicht keiner Verwertung mehr zugeführt. Man sieht natürlich, dass jetzt eine Tendenz zu dem ist, dass mehr Fast Food, mehr Convenience essen, also hoch vorbereitet die Lebensmittel, mehr gegessen werden. Und die sind natürlich immer mehr verpackt. Also wenn man durch den Supermarkt durchgeht, sieht man, umso frischer das Produkt, umso geringer eigentlich die Verpackung, umso hoch verarbeitet das Produkt, umso aufgemotzter ist die Verpackung. Also jetzt von Dosen bis hin zu, keine Ahnung, Verpackung, die wo sie jetzt eigentlich auch dem dienen, dass besser verkauft wird. Also jetzt irgendwas in einer Hülle und nachher nochmal mit irgendeinem Kanton drüber, weil da einfach der Druck natürlich besser ausschaut. Ich denke jetzt so an solche komischen Zuckerfrühstücksgeschichten, die was und wo man meterlang quasi durchgehen kann im Supermarkt und die sieht, die was jetzt eigentlich uns gesundheitlich nicht dienlich sind und gleichzeitig produzieren die mehr Verpackung. Nehmt ihr das wahr, dass durch vermehrte Convenience-Konsumerei wirklich mehr Verpackung passiert? Also grundsätzlich muss ich sagen, da gibt es aus meiner Sicht nicht unmittelbar einen kausalen Zusammenhang. Dass es mehr Angebot gibt, das ist sozusagen durch die Entwicklung der Wirtschaft bedingt. Der Konsument fordert ja auch immer mehr. Also sozusagen die Verpackung ist schuld, dass es zu viel Verpackung gibt, weil es zu viele Produkte gibt. Ist schwer, ich meine, ich war selbst 20 Jahre in der Markenartikelindustrie. Natürlich hat die Industrie den Auftrag, dem Konsumenten die Bedürfnisse zu erkennen und dem Konsumenten etwas anzubieten. Aber auch noch einmal, wenn diese Verpackung, wenn du sagst, die Produkte, die sind dann meistens in Karton verpackt, wenn diese Verpackung in der roten Tonne landet, geht die wieder in die Papierfabrik zurück und ist zumindest im Kreislauf und kann wiederverwendet werden. Genau, du hast ja, das habe ich gelesen, du hast bei Nestle gearbeitet. Also es ist im Endeffekt so, dass man wirklich da auch forciert, dass einfach Produkte auf den Markt kommen, die jetzt nicht so unserer Gesundheit dienen. Wie ist es dir da gegangen mit dem? Du bist ja grundsätzlich ein Mensch, der sich sehr bewusst ernährt, der schaut auf das, was er isst. Und das nimmt man ja auch in deiner Person wahr. Wie ist deine Haltung dazu? Grundsätzlich muss man sagen, dass alle großen multinationalen Konzerne immer extrem in der Kritik sind. Aber die Kritik geht dahin, dass sie halt groß sind. Aber am Ende des Tages machen sie nichts anderes als ein kleines Unternehmen. Und das Zweite muss man sagen, niemand sagt bei einem multinationalen Konzern, du musst jetzt den ganzen Tag ununterbrochen Schokorie essen. Die Idee ist ja, den mündigen Konsumenten irgendwo heranzuerziehen, sodass der Konsument am Ende des Tages weiß, wenn er ein Schokorie ist, Produkt, dann wird er nie ein Problem haben mit der Figur. Und da macht man es sich oft leicht, wenn man sagt, ein großes Unternehmen ist quasi schlechter als ein kleines Unternehmen. Natürlich haben die mehr Mengen und mehr Verpackungen, aber je größer das Unternehmen, desto umfangreich ist, natürlich auch die Nachhaltigkeitsstrategie. Und zu mehr versucht man auch, den Konsumenten zu erklären, dass es in unserem Bereich die Verpackung auch wieder in den richtigen Behälter geben, beziehungsweise auch so viel Rezyklat wie möglich wieder in die Verpackung hineinzubringen. Also jetzt verschiedene Seitenaspekte quasi hat man immer oder Seitenstories quasi, die was natürlich das ein bisschen schön färben. Ich bin gerade das letzte Mal, weil da war ich fassungslos, habe ich kurz auf einen Zug gewartet in Salzburg und bin in den Supermarkt reingegangen und dann habe ich gesehen, Verpackungen, wo draufgestanden ist, 70 Prozent Vollkorn bei irgendeinem Zuckermüsli. Also jetzt Müsli darf man gar nicht einmal sagen, meines Erachtens, das ist irgendein Zuckerprodukt. Und da war für mich schon der Gedanke wieder, weil ich mir dachte, Wahnsinn, das ist schon voll schade, was wir da marketingtechnisch machen, weil ja vor allem immer der müde Konsument, ja, dann müsste er relativ viel wissen, aber jetzt, wo wir natürlich bei unserem Thema jetzt Verpackung bleiben, ist ja so, was muss ich da alles wissen, dass ich wirklich die richtige Entscheidung treffen kann. Also natürlich, wenn wir immer so mit Vollkorn und keine Ahnung oder mit Dingen, die was dann gar nicht so stimmen, geködert werden, ist es halt immer schwierig. Auch bei der Verpackung natürlich, wo wir immer wieder lesen, zum Beispiel recycliertes PET oder sowas, was heißt das jetzt zum Beispiel? Ist das... Im Prinzip heißt das einfach, ein gutes Beispiel ist die PET-Flasche, quasi wo halt meistens Mineralwasser oder Getränk drinnen ist. Da haben wir in Österreich, fast alle Anbieter haben mittlerweile PET-Flaschen, die aus 100 Prozent Rezyklat bestehen. Weil in diesem Kreislauf, also der PET-Kreislauf, ist ja der Kreislauf, der eigentlich am besten funktioniert. Wir sammeln heute fast 80 Prozent der PET-Flaschen in der gelben Tonne oder im gelben Sack, die wieder zurückgehen in die Getränkeindustrie. Das wird quasi eingeschmolzen, es wird Rezyklat rausgemacht und daraus eine neue Flasche. Also das ist der Kreislauf sehr gut. Und zum anderen... Und es bleibt sogar in der gleichen Ebene. Das ist eigentlich der große Vorteil. Ja, es ist so, dass es natürlich immer wieder ein bisschen Neumaterial dazu gibt, aber trotzdem kann ich die Flaschen dem Recycling zuführen. Sie werden nicht verbrannt, sie werden nicht deponiert oder sonst irgendwas, sondern ich mache aus diesem PET wieder ein neues PET, das entweder in die Getränkindustrie geht, kann auch in die Lebensmittelindustrie gehen, kann aber auch in die Textilindustrie gehen, kann in die Autoindustrie gehen, also in die unterschiedlichen Industrien. Und das mit dem vielen Angebot ist ja in allen Industrien so. Es ist ja nicht nur so, dass in der Lebensmittelindustrie, dass es volle Regale gibt. Das ist in allen anderen Industrien, das ist sozusagen unser Wirtschaftssystem, das halt versucht, dem Konsumenten in allen Bereichen so viel Auswahl wie möglich anzubieten. Und deswegen, glaube ich, ist euer Slogan, wenn ich es weiß, muss alles essen, einfach wichtig. Der Konsument muss sich auch ein bisschen dafür interessieren, was er kauft. Und dann wird er relativ schnell erkennen, von dem Lebensmittel kann ich mehr essen und von dem Lebensmittel is ich einfach ein bisschen weniger, weil es vielleicht meiner Figur nicht so gut tut. Genau, das heißt einfach bewusst konsumieren und da wirklich zu schauen, dass wir überlegen, was brauchen wir eigentlich? Brauchen wir das alles, was wir konsumieren? Das heißt, im Endeffekt, jetzt in einer anderen Kategorie, das Recycle zu recyceln und dann zu verwenden, ist natürlich jetzt in einer gewissen Weise ein Down-Recycling, weil wenn ich es in der Ebene Lebensmittel lassen kann, ist das wahrscheinlich eine der anspruchsvollsten Ebenen, oder? Ich finde das überhaupt nicht, weil dieses Wort Down-Cycling ist ein bisschen ein NGO-Begriff. Am Ende des Tages geht es darum, sagen wir, du hast ein Produkt oder eine Verpackung, das kannst du entweder, oder in der Automobilindustrie irgendwas, oder in der Medizinindustrie, das kannst du entweder mit Primärrohstoffen produzieren, oder du verwendest Produkte oder verwendest Rohstoffe, die schon im Kreis sind. Und wenn ich Produkte oder Rohstoffe verwende, die schon im Kreis sind, dann sind das Recycle-Produkte, die in ein Produkt hineingehen. Früher hat man immer gesagt, wenn es in einen Gartenzwerg geht, das ist Down-Cycling, aber ich ersetze ja auch im Gartenzwerg einen Primärrohstoff. Darum tut es mir oft ein bisschen schwer zu sagen, Down-Cycling, was ist Down-Cycling? Genau, aber wo geht es dann weiter? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe es zuerst im Lebensmittel, dann irgendwo in der Autoindustrie, dann wird das Auto... Das ist die Frage, was passiert dann? Die Autoindustrie ist ja genauso, dahinter nachhaltig zu sein. Also in der Autoindustrie, die Kunststoffe werden ja auch wiederverwertet. Also diese ganzen Armaturenbretter und so, die gehen ja nicht in die Verbrennung, sondern die werden ausgebaut, geschreddert und gehen dann wieder in den Kreislauf. In irgendeiner Produktion. Genau. Das heißt, wann ist der Punkt, wo das Produkt nicht mehr recyclierbar ist? Ja, wenn ich es entweder in die falsche Tonne schmeiße, in den Restmüll schmeiße oder wenn ich mich nicht darum kümmere. Und quasi das Ende des Recyclings ist immer, dass ich es eigentlich verbrenne. Oder was ist da das Ende? Naja, am Ende, wenn ich nichts damit mehr anfangen kann, dann muss ich es irgendwo entsorgen, sozusagen. Und da ist tendenziell das Thema, das gute Thema noch, dass ich es thermisch verwerte oder es wird deponiert. Und da ist es zum Beispiel auch interessant, dass wir haben ja in Europa grundsätzlich ein Deponieverbot. Wir haben aber, glaube ich, nur zehn Mitgliedsländer, die unter zehn Prozent deponieren und die anderen, die restlichen Mitgliedsländer, die deutlich über zehn bis zu 80 Prozent deponieren. Und wir in Österreich haben eine Deponiequote von zwei bis drei Prozent. Das heißt, wir sind da extrem weit in der Entwicklung, nichts zu deponieren, wenig zu thermisch zu verwerten und so viel wie möglich zu recyceln. Und darum haben wir auch so hohe Recyclingquoten. Ich habe gesagt, wir haben bei Papier, Glas, Metall über 80 Prozent. Beim Kunststoff müssen wir bis nächstes Jahr verdoppeln, aber wir erreichen auch heute unsere Ziele. Aber Kunststoff ist halt schwieriger zu recyceln, ist technisch aufwendiger, aber da gibt es eben wahnsinnig viele Investitionen, die getätigt werden, um auch im Kunststoffbereich mehr am Ende des Tages zu recyceln. Können wir noch einen? Und das mit Deponieren finde ich spannend. Das ist natürlich, wir sind da jetzt ein Vorzeigeland sozusagen mit den zwei bis drei Prozent. Andere Länder, wie du jetzt gesagt hast, deponieren ganz viel irgendwo. Ist auch ganz günstig nur zu deponieren, glaube ich. Das ist das Billigste, natürlich ein Loch zu graben und das reinzuschmeißen. Das ist immer das Billigste und für die Ökologie natürlich das Deierste. Genau. Und die zwei, drei Prozent, das ist jetzt immer, kann man sagen, löblich, aber warum haben wir das überhaupt notwendig? Wo kommen die hin und wie? Es ist so, diese sogenannte letzte Senke wirst du immer brauchen. Also es gibt nicht Zero Waste, du sagst, dass du null Abfall hast, weil es gibt, in jedem Prozess gibt es irgendwelche Materialien, die man nicht mehr wiederverwenden kann, die vielleicht auch irgendwie bedenklich sind und die gehen dann sehr geordnet in die sogenannte letzte Senke und dort werden sie deponiert. Also eine Null-Prozent-Quote gibt es technisch nicht. Das wird da jeder Experte von der Montan-Universität von über sagen, diese letzte Senke brauchst du und wir haben da wirklich, wir sind am untersten, ich glaube, wir haben da mehr ein bisschen über ein Prozent oder eineinhalb Prozent Deponierungsquote, aber die wird man aus heutiger Sicht immer brauchen. Das bringst du nicht zur Grenze weg. Und wo deponieren wir? Es gibt in Wien eine Deponie, zum Beispiel in jedem Bundesland gibt es kleinere Deponien, wo das dann sozusagen ja auch deponiert wird. Das verrottet nicht mehr? Das wird einfach, wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich bin kein Deponie-Experte, also ich weiß es nicht genau, aber das wird dort einfach abgelagert und so, dass es halt nicht in das Grundwasser durchsickert oder sonst irgendwie die Umwelt gefährdet. Also das sind ja High-End und hochspezialisierte, wie soll ich sagen, Facilities und Flächen, die da sehr professionell bewirtschaftet werden. Spannend. Wir haben einige Lebensmittel natürlich auch schon recherchiert, die eine Verpackung in dem Sinne auch brauchen und wo die Verpackung auch ein bisschen immer in Kritik steht und das haben wir uns genauer angeschaut, zum Beispiel beim Senf. Warum hat man das noch immer in einer Tube, quasi Aluminium-Tube und da sind wir in der Recherche draufgekommen, dass einerseits natürlich das Produkt länger und besser erhalten bleibt. Wir sind es auch einfach irgendwie in einer gewissen Weise gewohnt und im Zuge dessen hat unsere Recherche herausgefunden natürlich, dass eigentlich Aluminium auch sehr gut wieder recyclierbar ist und ein Großteil eigentlich dessen wieder verwertet wird und gleichzeitig auch weniger oder wenig Energieaufwand hat. Das war für uns voll spannend, weil da haben wir eigentlich so vorgefertigte Meinungen, die uns ganz klar sagen, dies ist gut, dies ist schlecht. Wie kann ich mich jetzt als Konsument zurechtfinden, wenn ich jetzt sage, Glas oder soll ich lieber Dosen nehmen oder soll ich Plastik verwenden, wie kann ich da für mich... Das ist eine der am schwierigsten zu beantwortenden Fragen, weil es gibt nicht das Schwarz-Weiß, das ist gut und das ist schlecht. Das hängt ja unterschiedlich, das hängt vom Lebensmittel ab, wie ich es optimal schützen kann. Es hängt auch von der Konsumgewohnheit ab, was optimal ist. Ich bringe mir das Beispiel, wenn man am Berg wandern geht, wird man eher leichte PT-Flaschen nehmen, wenn man am Abend Gäste hat und kocht, wird man eine Glasflasche verwenden. Es hängt davon ab, habe ich zu Hause viel Möglichkeit, habe ich einen riesen Kühlschrank, habe ich einen kleineren Kühlschrank. Das ist einfach schwierig. Der Konsument sieht auch quasi nicht wirklich, ist das jetzt besser oder schlechter für die Umwelt. Darum sage ich immer, der Konsument hat eine Aufgabe, dass er die Verpackung am Ende des Tages in den richtigen Behälter schmeißt. Viel mehr kann er nicht tun. Er kann es entweder in den Restmüll schmeißen und das verloren oder er entsorgt es richtig oder er kauft es nicht ein. Aber es ist auch schwierig, viele Lebensmittel unverpackt zu kaufen, weil du ja dann ohnehin wieder ein Geschirr brauchst. Du musst das Geschirr wieder reinigen. Also grundsätzlich ist die Verpackungsindustrie so optimiert, dass man wirklich versucht, auf das Lebensmittel abgestimmt oder auf den Konsumgewohnheit abgestimmt, die richtige Verpackung anzubieten. Jetzt bin ich natürlich, wenn ich jetzt bei einem flüssigen Lebensmittel bin, also ich bin beim Getränk, dann wäre natürlich immer grundsätzlich gut, dass ich vielleicht wiederverwendbare Flaschen verwende. Für mich selber irgendwo muss natürlich herkommen. Bin ich ein Verfechter von dem, dass wir Wasser trinken. Hauptsächlich. Und von daher das wieder zu befüllen, natürlich wäre jetzt die ökologischste Variante wahrscheinlich, Wasser aus der Leitung und wiederverwendbare Flaschen. Wenn ich jetzt was kaufe, weil ich eine Limonade oder weil ich ein Getränk oder einen Fruchtsaft haben möchte oder vielleicht sogar ein Wasser kaufe, ich muss ja wieder kurz einen Seitenheben, Österreich hat echt ein gutes Wasser aus der Leitung. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wasser kaufen möchte, in welchem Gebinde soll ich das jetzt am besten kaufen, wenn ich aus einer ökologischen Sicht die richtige Entscheidung treffen möchte. Das ist immer extrem konsumentenindividuell. Erstens gibt es zu jedem Gebinde umfangreiche Umweltbilanzen. Also das hängt davon ab, wie weit wird das Gebinde transportiert, wie oft wird es wieder befüllt, wie verwendet es der Konsument. Und Wasser ist insofern immer ein gutes Beispiel, wie wir in Österreich glauben, die ganze Welt kann sich mit Wasser aus dem Wasserhand versorgen. Wir sind da die Insel der Seligen. Es gibt kaum Länder, wo du den Wasser aufträst und da kommt das Wasser raus, das du trinken kannst. Und ich war in einer meiner letzten Funktionen weltweit für ein großes multinationales Unternehmen für das Wasser zuständig. Und es gibt auf der, also wir sind die Ausnahme, es gibt in ganz vielen Ländern gibt es nicht einmal einen Wasserhahn, also da würde es ohne verpacktes Wasser würden die Leute dort gar nichts zu trinken. Oder das Beispiel Katastrophen, da musst du natürlich Wasser aus Plastikflaschen hinbringen, weil es unmöglich ist, dort alle mit Glasflaschen zu versorgen. Ich glaube, es ist individuell, jeder Konsument muss sich selbst fragen, was ist mir wichtig? Will ich gern die Haptik einer Glasflasche und möchte ich gern, wenn ich Gäste habe, das Wasser einer Glasflasche servieren? Oder will ich, weil ich es bequem, weil ich laufen bin, weil ich irgendwo mit dem Rad herumfahre, habe ich da lieber die PT-Flasche? Am Ende des Tages gibt es ein Schwarz und nicht Weiß. Es wird nicht einer 100% das oder 100% das verwenden, sondern es ist individuell. Dann gibt es ja auch diese verschiedenen Gebinde. Wichtig ist immer, dass die Glasflasche am Glaskontainer landet und die Bettflasche in der gelben Tonne und im gelben Sack, dann können wir sie sozusagen wieder zurückführen und können wieder eine neue Verpackung draus machen. Spannend habe ich auch gefunden, die Umweltberatung, die zum Beispiel das sagen, dass man eigentlich Bettflaschen, recyclierte Bettflaschen vor allem, dass die umweltschonender sind, aber natürlich, dass die den Aspekt dabei haben, dass die dann vielleicht, wenn sie eben nicht richtig entsorgt werden, in die Weltmeere gelangen können mit dem Plastik und das ist natürlich jetzt was, wo man wieder mehrere Faktoren hat, wieder gewisse Zielkontakte oder ich habe einen dritten Aspekt dabei, was du jetzt gesagt hast, ich möchte eigentlich ein leichtes Gebinde haben, habe auch Transportkosten zum Beispiel, die was nachher wieder da dazukommen, wo ich jetzt Glas transportiere oder wo ich Bettflaschen transportiere. Weiter haben sie auch gesagt, was ich auch spannend gefunden habe, dass sie das Mehrweg vor Einweg, aber nur dann, wie du jetzt gesagt hast, wenn das in einem gewissen regionalen Bereich wirklich gereinigt wird. Ja, vielleicht zum Ersten, also das mit dem Plastik in den Weltmeeren, also wir wissen, dass da gibt es neun Flüsse in Asien und einen Fluss in Südamerika, dort kommt das meiste PET oder der meiste Kunststoff in die Weltmeere. Vielmehr ist ja das Mikroplastik und das Mikroplastik kommt nicht aus der Verpackung, sondern das Mikroplastik kommt vom Reifenabrieb. 60 Prozent des Mikroplastiks ist der Reifenabrieb der Autos und LKW und ein Großteil ist der Abrieb, wenn ich unsere Kleidung wasche und in unserer Kleidung ist ja auch Kunststoff, das ist das Mikroplastik, das ins Meer geht. Aber Österreich ist nicht verantwortlich, dass die Weltmeere mit PET-Flaschen quasi durchseucht werden. Noch dazu, ich habe es vorher erwähnt, wir sammeln fast 80 Prozent der PET-Flaschen, jetzt wird nächstes Jahr noch ein Pfand eingeführt, da werden es dann über 90 Prozent sein. Also die PET-Flasche wird aus Österreich nicht das Wetter. Und der Rest ist dann eigentlich Restmüll, oder? Ja, der Rest wird dann noch ein marginaler Teil. 100 Prozent wirst du nie sammeln. Das heißt einfach irgendwo eine Flasche aussieht zu hauen beim Auto oder sowas, das ist einfach das Schlimmste, was wir machen. Aber auch da, wir haben ja umfangreiche Studien, die alle bescheiden, Österreich ist nicht ein Land, wo massiv gelittert wird. Wir wissen, es wird gelittert, dort wo viele Leute zusammenstehen, dort wo es vielleicht schlecht beleuchtet ist, dort wo vielleicht zu wenig Restmüllbehälter oder Sammelbehälter aufgestellt werden. Aber ich habe es eingangs erwähnt, wir haben in Österreich, jetzt bei den PET-Flaschen haben wir heute fast zweieinhalb Millionen Möglichkeiten, über 300.000 gelbe Tonnen, 2,2 Millionen Haushalte in der gelben Sack-Sammlung. Also wir haben da massive Möglichkeiten, um das reinzuschmeißen. Und wir wissen, dass über 90 Prozent der Österreicher finden die Verpackungssammlung sehr gut und gut. Und es gibt halt immer einen Teil unter 10 Prozent, die sind nicht zu überzeugen mit den besten Argumenten. Die werden wahrscheinlich immer im Restmüll oder vielleicht leider als Litering irgendwo landen. Aber das ist die wirklich zum Glück verschwindet kleine Masse, die das so macht. Das Zweite, was ich jetzt erwähnt habe, eben Mehrweg, Einweg. Also jetzt da ist einmal spannend, grundsätzlich, was ist da der Unterschied? Also beim Mehrweg ist ja auch so, noch als Zusatzfrage, dass man, wie häufig es dann eigentlich befüllt wird, vielleicht auch ein Thema ist, beziehungsweise eben die Regionalität. Genau, also bei Einweg, Mehrweg gibt es ja umfangreichste Umweltbilanzen, die da berechnet werden. Und man muss immer sagen, Mehrweg macht dann Sinn. Vielleicht noch ganz kurz, möchte ich es ganz kurz noch erklären, Mehrweg und Einweg, was ist nochmal der Unterschied? Mehrweg und Einweg, also wenn ihr ein regionales Bier habt, und wie du ja bei Bier hast, haben wir ja die höchsten Mehrwegquoten. Weil jeder Konsument weiß, dort ist meine Bierfabrik, da kaufe ich mein Bier und das geht wieder zurück in die Fabrik. Das heißt eigentlich, regionales Bier ist einfach besser, weil ich weiß, da ist wahrscheinlich Mehrweg in mein Radius. Wenn ich es nur auf diesen einen Punkt beziehe, also das ist ja auch, die Leute glauben immer, die Verpackung ist der Hauptgrund für den Klimawandel. Die Verpackung, wie gesagt, macht drei Prozent vom Footprint aus. Und deswegen ist dieses Mehrweg-Einweg-Thema oft interessant, aber vielleicht ein bisschen überstrapaziert. Es braucht nur so sein, dass man vielleicht in der Umweltbilanz rechnet, es wird 40 Mal befüllt und dann wird es vielleicht nur 20 Mal befüllt. Dann ist schon die Umweltbilanz anders. Oder man muss sagen, der Konsument muss ja auch diese Kiste, das sind ja oft Kisten mit vielen Flaschen, muss er ja wieder zurückfahren in den Supermarkt. Die Einwegflasche, wie gesagt, kann er in 2,5 Millionen Möglichkeiten vor der Haustier bequem entsorgen und es hat nicht jeder Auto, der dann am Wochenende seine Kisten dort hinbringt. Darum haben wir auch nicht 100 Prozent Einweg und 100 Prozent Mehrweg, sondern es ist extrem individuell, auch vom Konsumenten abhängig. Wenn man in der Stadt wohnt, dann wirst du nicht in der Frühwärtsbürofers die Kisten mit ins Büro nehmen und am Abend die Kiste zurückgeben, dir eine neue Kiste holen. Da wirst du eher wahrscheinlich vier Flaschen Einweg kaufen, die dann hoffentlich in den Glaskontainer schmeißen, sodass man wieder eine neue Glasflasche Also sehr individuell. Also wenn ich zum Beispiel am Land lebe, dann fahre ich natürlich meistens einkaufen, dann geht das in einen. Dann kann ich natürlich schauen regional. Dann, wie wir das Bier recherchiert haben, ungefähr 50 Mal werden die Bierflaschen quasi befüllt. Da kann man, also das war dort die Aussage. Da gibt es Werte zwischen 20 und 50. Also es ist unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass jede Flasche 50 Mal wieder befüllt wird. Das ist die Rechenlogik, aber in der Praxis ist das nicht so. Aber wenn es wieder befüllt wird, umso mehr und umso öfter ist es eigentlich umso besser, oder? Ja, es ist immer die Frage, wie aufwendig ist der Waschprozess sozusagen? Wie kriege ich dann, oft ist ja auch das Problem, dass gerade im Sommer, wenn es wahnsinnig heiß ist, dass die Rückgebinde nicht zurückkommen in die Fabrik. Das heißt, die Fabrik hat dann ein Riesenproblem, weil die Leute das bunkern oder die kaufen zwei oder drei Kisten und bringen dann zurück, wenn alle Kisten leer sind. Das heißt, man hat ja einen extremen finanziellen Aufteil. Man muss ja diese Gebinde alle kaufen und immer schauen, dass die wieder zurückkommen. Also es ist wirklich nicht so einfach zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Aber es ist schon spannend, weil man kann jetzt jedem Einzelnen ein bisschen eine Guidance geben, wie verhalte ich mich eigentlich als Konsument und was kann ich eigentlich machen? Also wenn ich jetzt sicher nicht Ratschläge kriege, dass ich sage, ja, ich schaue mal regional, ich schaue, wie fahre ich sowieso, muss ich extra fahren zum Beispiel oder sowas, sind alles Themen natürlich, die da reinfallen. Und wie du jetzt sagst, es ist ein kleiner Teil, aber nichtsdestotrotz, ich finde es auch immer, dass man bei den kleinen Dingen auch einen kleinen Schräubchen auch drehen kann und in dem Sinn macht es sich auch Sinn, dass man sich einmal was darüber dazu überlegt und dann vielleicht seine Handlungen verändern. Genau, aber wie gesagt, jeder Konsument ist unterschiedlich. Der eine hat lieber die Milch im Getränkeverbotkarton, der andere hat die Milch lieber in der PT-Flasche und der Dritte sagt, ich will eine Glasflasche und der Vierte sagt, ich will eine Glas-Mehrweg-Flasche. Genau, meistens ist es so beim Glas oder sowas, dass die, zum Beispiel gerade bei der Milch ist das viel diskutiert und da wird die Milch-Mehrweg-Glasflasche wird als ökologisch am besten von den Konsumenten gesehen. Wenn es nicht weit von der Apfelstation ist, ist das sicher so. Wenn es aber über weite Distanzen transportiert werden muss, dann kann die Umweltbilanz schon wieder ganz was anderes sein. Dann kann sogar Einweg oder vielleicht etwas anderes besser sein. Also das ist schon mal ein guter Hint, würde ich meinen. Aber jetzt kommt mit 2025 der Einwegpfand. Es sind 25 Cent pro Gebinde. Für was macht man das jetzt? Da muss ich einmal vorweg sagen, die ARA hat nichts mit dem Einwegpfand zu tun, sondern es gibt eine eigene Einwegpfandgesellschaft. Aber die Idee ist, dass man, was PT-Flaschen betrifft, man sozusagen diese Rücklaufquote noch erhöht. Ich habe es eingangs erwähnt, wir haben heute knapp 80 Prozent PT und man wünscht sich durch das Einwegpfand eine Rücklaufquote von über 90 Prozent. Deswegen führt man eben dieses Einwegpfand ein. Betrifft die nicht nur die Bettflaschen, sondern auch Glas und Dosen, oder? Nein, das ist was anderes. Da geht es um den Einwegpfand. Da ist die Bettflasche und die Getränkedose wird mit 25 Cent befandet. Beim Glas, mehr wie gibt es das schon lange. Also das Mineralwasser in der Mehrwegkiste, das Bier in der Mehrwegkiste, ich glaube da ist... Jetzt wird oft gesagt, aber grob ein Bier, das Seitel ist sehr beliebt und das ist eigentlich jetzt meistens ein Einweg. Also jetzt stellen gerade ein paar Brauereien quasi um auf Mehrwegseitelgebinde. Und das wird immer diskutiert, ist eigentlich nie so ökologisch. Man muss sich ja vorstellen, man muss ja auch immer die Menge im Hinterkopf haben. Also wir haben ja Unmengen an Bierflaschen, die da pro Jahr. Und das wäre logistisch überhaupt nicht machbar, das alles in den Einweg zu transportieren. Man muss sich ja immer vorstellen, was heißt denn das Einweg, das Mehrweg, das ist im Hintergrund eine enorme Logistik, weil man ja immer, einmal fährt man die vollen Flaschen hin und dann fährt man die leeren Flaschen wieder zurück. Und wir wissen eines, wir haben in Europa, ich glaube allein in Deutschland, 70.000 Lkw-Fahrer fehlen und es kommen keine Lkw-Fahrer noch und wir brauchen für diese Mehrwegsysteme einfach unheimlich viel Logistik. Jetzt haben wir eine Riesenmenge von Flaschen im Glaskontainer und ich kann quasi mit einem Lkw viel Glas sammeln, das ich wieder in die Glasfabrik zurückbringe. Darum ist auch die Idee, alles im Mehrweg ist der falsche Zugang, weil es auch nicht umsetzbar ist. Also man sieht da auch wieder Zielkonflikte, wenn ich mir nur aus einer Perspektive anschaue, nur aus einer ökologischen, dann könnt ihr eine Entscheidung treffen, aber wenn ich jetzt sage, eine gesamtheitliche, wie schaut es da mit dem Transport aus, wie schaut es mit der ganzen Logistik aus, dann ist es wieder nicht mehr möglich. Und darum auch, wie gesagt, gibt es ja unterschiedlichste Angebote und unterschiedlichste Verpackungsformate, weil auch der Markt bedingt, dass du nicht alles in einer Mehrwegflasche anbieten kannst. Du hast für jedes Produkt, hast du zwar Möglichkeiten, ein Teil Mehrweg, ein Teil Einweg und im Bier, wie gesagt, ist die Bevölkerung weit über 50 Prozent im Mehrweg. Im Wasser hat sie halt die bequemere PET-Flasche durchgesetzt, wobei auch die Mehrwegflasche da Fans hat und auch Marktanteile gewinnt. Und bei der 033er Bier, hast du richtig erwähnt, auch da wird es ein Mehrwegangebot geben und die, die gerne Mehrweg kaufen, können sie Mehrweg kaufen und die, die halt wenig Platz zu Hause haben, weil sie keine Kisten hinstellen können oder die sagen, ich will nicht so viele Flaschen, die kaufen sie halt im Einweg. Und da ist auch wieder, umso lokaler quasi, umso eher ist ein Mehrweg da ökologisch vorteilhafter, wie wenn ich es irgendwo hergekarre quasi oder beziehungsweise wieder zurückkarren muss, im Endeffekt. Genau. Und das ist spannend mit dem Einwegpfand. Was erwartet man sich, also jetzt grundsätzlich, dass mehr PET-Flaschen zurückkommen? Ja, also es ist auch so, man muss auch ein bisschen wissen, wir haben heute 300.000 Tonnen Kunststoffverpackungen und wir haben 40.000 Tonnen PET-Verpackungen und wenn wir diesen 40.000 Tonnen PET-Verpackungen sammeln, wir haben knapp 80 Prozent. Also ist der Gesamteffekt für die Quote überschaubar. Weil wenn ich 80 Prozent sammle, dann habe ich 90 Prozent, dann reden wir hier von 4.000, 5.000 Tonnen PET, die wir mehr sammeln. Wir brauchen aber bis 20, 25, 75.000 Tonnen mehr Kunststoffverpackungen im Recycling, um diese 50 Prozent Recyclingquote zu erhöhen. Also der PET-Einwegpfand quasi trägt ungefähr 10 Prozent dann zur Problemlösung für alle Kunststoffverpackungen bei. Wie schaut es mit der Dose aus? Die Dose war einmal sehr, sehr verpönt. Mittlerweile ist sie wieder irgendwie salonfähig, finde ich immer wieder. Man sieht relativ viele Dosen. Auch selbe Antwort. Wenn die Dose jetzt noch in fünf Bundesländern im Metallcontainer gesammelt wird, ab 1.1.25, ist sowieso Pfand, dann geht sie zurück. Aber wir haben auch bei den Metallverpackungen hohe Recyclingquoten. Wie hoch sind sie da? Ich glaube, über alle Metallverpackungen haben wir auch über 80 Prozent Recyclingquote. Also sind wir auch hoch. Und die Getränkedose durchaus wird sicher durch den Pfand wieder ein bisschen mehr gesammelt werden. Aber man hat auf der anderen Seite wieder das Thema, dass man sich halt unzerdrückt in den Supermarkt zurückbringen muss. Was sind deine persönlichen Ziele jetzt in der Verpackung in Österreich? Wie gesagt, wir haben eigentlich bei allen Verpackungen heute erreichen wir alle Ziele. Und wie gesagt, bei Kunststoff, müssen wir nächstes Jahr die Recyclingquote verdoppeln. Wir haben heute ein gesetzliches Ziel von 22,5 Prozent, haben 26 Prozent isst und müssen extra 50 Prozent erreichen. Und dafür haben wir jetzt die größte modernste Kunststoff-Sedieranlage Europas gebaut, in Oberösterreich, in Enns. Wir haben auch eine eigene App quasi gemacht, die DigiCycle, um den Konsumenten noch ein bisschen mehr zu erklären, wie einfach es ist zu sammeln. Wir sind in den Kindergärten, in den Volksschulen unterwegs, um die Bevölkerung aufmerksam zu machen, bitte jede Kunststoffverpackung in den gelben Sack, in die gelbe Tonne, damit wir hier die 50 Prozent Recyclingquote erreichen. Was kann die App? Die App ist im Prinzip sehr einfach. Man scannt das Produkt, egal welches, also die Verpackung. Und die App sagt einem dann, der Joghurtbecher ist ein gutes Beispiel, sagen wir mal, ein Joghurtbecher, der nur ein Papier, einen Kartonsleeve rundherum hat, dann sagt die Verpackung, du kannst zum Beispiel in Wien, kannst du die Metallverpackung und den Karton heute schon in die gelbe Tonne schmeißen, in Tirol erst ab nächstes Jahr, weil Tirol hat noch getrennt. Und dann sagt sie, die Papierverpackung schmeißt du in die rote Tonne und dann drückt man drauf und dann zeigt einem die App an, aha, da vorne, zehn Meter ums Eck, steht da, stehen die Behälter und dort kannst du es reinschmeißen. Was wir auch oft gefragt werden, ist, was macht man mit Verpackungen, die jetzt Restlebensmittel drinnen haben, zum Beispiel ein Pizzakarton oder eben ein Joghurt, die sich dann nur ein bisschen ausschwabt und eigentlich wahrscheinlich ein bisschen Rest drin ist. Grundsätzlich sagen wir immer, die Verpackung soll ein Rest entleert oder ausgelöffelt sein. Es muss nicht total gereinigt sein, also man muss sie nicht waschen und das mit Pizzakarton ist schwierig. Also wenn die halbe Pizza im Karton drinnen pickt, dann ist Restmüll. Wenn der Pizzakarton ein bisschen fett ist und schmutzig ist, dann sehr wohl in die rote Tonne, dann kann man das sehr wohl recyceln. Also das ist ein bisschen ein Hausverstandsgefühl. Also wenn die Verpackung wirklich schwer verunreinigt ist, dann kann man das Recycling nicht nehmen. Aber Glasverpackungen oder Becher reichen ausgelöffelt. Zum Beispiel Ketchupflaschen. Ketchup, einfach Rest entleeren. Also jetzt nicht Plastik, sondern immer ins Glas. Da wird man nicht alles rausbringen, aber das ist okay. Das sind diese organischen Anhaftungen. Man muss sich mal vorstellen, das geht ja mit 1300, 1400 Grad in den Ofen. Diese organischen Anhaftungen werden verbrannt, aber wenn die Ketchupflaschen vor ist, ist das natürlich nicht optimal für Glasrecycling. Genau, so muss es eigentlich vor sein. Also immer Rest entleeren. Und die einzige Ausnahme gibt es bei den Honiggläsern, da haben uns die Imker bitten, uns immer darauf hinzuweisen, dass ein Honigglas nur ausgewaschen in den Glaskontainer geschmissen wird, weil die Bienen sonst irgendwie sich in den Virus einfangen können. Also das ist die einzige Ausnahme. Honiggläser bitte auswaschen, alles andere nur auslöffeln, austrinken, Rest entleeren, aber man muss es nicht waschen. Dann beim Glas, das ist auch noch spannend. Ihr habt Metalldeckel drauf quasi, Metall zu Metall und Glas zu Glas. Ganz einfach. Genau, was sind sonst noch so Hints, die im Alltag quasi oft zu finden sind? Früher war es immer schwierig mit den Kunststoffverpackungen, weil wir haben manchmal in Bundesländern gehabt, die haben nur Hohlkörper, also nur Flaschen gesammelt und keine Käseverpackungen. Das ist jetzt einfach alles, was nur irgendwie wie Plastikverpackung ausschaut oder Kunststoffverpackung ausschaut. Gelbe Tonne, gelber Sack, da kommen auch die Getränke von Buntkartons hinein, die sogenannten Leichtverpackungen. Also alles, braucht man sich jetzt nicht mehr überlegen, ist das jetzt eine Flasche oder ist das eine Folie oder ist das sonst was? Ist es eine Fleischtasse, ist es eine Petschale? Kunststoffverpackungen, alle in die gelbe Tonne, gelber Sack, dort werden sie aussortiert. In unserer neuen Kunststoff-Sitieranlage haben wir 38 Nahinfrarotgeräte, da wird 24 unterschiedliche Stoffströme aussortiert. Also die Technologie ist heutzutage so gut, dass man das, was im gelben Sack drinnen ist, auch perfekt wieder sortenrein sortieren können. Eine Sache, die mir immer wieder passiert ist, daheim, dass ich zum Beispiel ein Sackerl aus Maisstärke dann in meinen eigenen Kompost gekaut habe und meine Schwiegermam hat das immer wieder rausgeholt und habe gesagt, wie kannst du nur Plastik in unseren guten Biomüll quasi hauen, in unseren Kompost. Genau, die Frage, wo kommt das hin? Also diese organisch produzierten Verpackungen. Also damals in der Grundsituation, Bioabfall ist immer die Kommune, ist nicht die Ara. Aber was ich gelernt habe, ist, dass eine Kompostieranlage nicht unterscheiden kann, ist das jetzt ein Sackerl, das biologisch abholbar ist oder ist es ein normales Kunststoff Sackerl. Deswegen sagen die Kommunen immer keine Plastik Sackerl in dem Bioabfall, weil jedes Plastik Sackerl, auch wenn es biologisch abholbar wäre, wird aussortiert und der Inhalt wird verbrannt. Um sicher zu gehen, dass es nicht den Kompost oder den Hummus dann verunreinigt. Was gibt es sonst so für Refubas, die was eigentlich passieren, wo falsche Dinge in einen Gürbenswag zum Beispiel kommen? Es werden oft nicht Verpackungen eingeworfen. Ich sage immer, zum Beispiel das beim Glas wieder. Ein Trinkglas gehört in den Restmüll, weil ein Trinkglas ist kein Verpackungsglas, weil ein Trinkglas hat oft eine andere chemische Zusammensetzung und die quasi zerstört in einer Behälterglasproduktion kann es zu Problemen kommen. Ganz wichtig eigentlich. Also Trinkglas zum Beispiel, was waren jetzt noch Beispiele? Eine kaputte Vase zum Beispiel? Eine Vase ist keine Verpackung. Genau, oder eine Glasscheibe. Ein Spiegel ist keine Verpackung. Wir sagen immer den Kindern, da gibt es den Probibottl, das ist ein Flaschenkreis, der geht in die Volksschule, dritte und vierte Klasse, der sagt immer, ein Marmeladeglas verpackt Marmelade, ein Honigglas verpackt Honig, eine Weinflasche verpackt Wein, ein Trinkglas verpackt nichts, ein Spiegel verpackt nichts, eine Vase verpackt nichts. Da ist nichts drinnen, wenn ich es kaufe, also es ist auch keine Verpackung. Und die bitte nicht in den Glaskontainer, auch keine Christbaumkugeln zu Weihnachten, die manchmal als Glas sind, aber verpacken auch nichts. Also immer nur eine Verpackung, eine Glasverpackung und da ist immer irgendwas drin gewesen, weil die Glasverpackung hat ja was verpackt. Und eine Weinflasche verpackt Wein und auch Honigglas verpackt Honig. Jetzt gehen wir nochmal zur gelben Tonne, um dies auch nochmal abzuholen. Da ist ja auch immer so, also da natürlich auch nur Verpackung, aber was sind da so Sachen, die was einig kommen, ich kann mich an eine Werbung erinnern, wo so eine Ente, so eine Badeente. Genau, das ist genau dasselbe, das sind die sogenannten Störstoffe, also nicht Verpackungen, da ist drin der Gartenschlauch, da ist drin die Gummistöfe, da ist drinnen die Ente. Wir haben ja leider wenige Konsumenten, aber immer nur Konsumenten, die oft diese Behälter als Restmüllbehälter verwenden und dort alles einschmeißen. Also wir haben auch von Bügeleisen über Wäschetrockner, alles Mögliche. Aber auch in die gelbe Tonne nur Verpackungen. Nichts anderes, keine Ente verpackt nichts. Also eine Ente gehört in den Restmüll oder verschenkt oder sonst irgendwas. Das Learning des Tages und ich finde, diese spannende Thematik werden wir vielleicht in unser Unterrichtsmaterial einbauen, weil das schon was ist, was ganz gut von den Kindern nach Hause getragen wird. Da kann ich das Angebot machen, wir haben ja umfangreichste Unterrichtsmaterialien. Also wir haben ja in der Ara Arafa Kids, da gibt es ganz viel vom Kindergarten aufwärts, wir haben in der Auster Glanzrecycling, haben wir eben den Bobby Bottle, wir unterstützen die Lehrer und wir unterstützen die Apfelberater. Also wir haben wahnsinnig viel Material, weil was wir wissen ist, wenn das Kind nach der Schule oder nach dem Kindergarten nach Hause kommt und dann schaut sie mal zu Hause, wie wird denn zu Hause die Verpackung gesammelt und getrennt und dann sagt das Kind schon her, so und so und so gehört es richtig und der zweite Effekt ist, dass die, wenn sie älter werden oder erwachsen werden, das auch meistens beibehalten und wir so auch wieder die Jungen dazu bringen, richtig die Verpackungen zu sammeln. Ein gutes Investment in die nächste Generation. Absolut. Was wünschst du dir für die nächste Generation in Sachen Verpackung und Umweltorientierung? Ich glaube bei der Verpackung, wie ich es eingangs erwähnt habe, wir haben so umfangreiche Möglichkeiten, wir haben in Summe fast 4,5 Millionen Möglichkeiten, wo man seine Verpackungen reingibt. Also das bitte unbedingt nutzen, weil es ist nicht nur ein Mehrwert für die Umwelt, weil wir halt weniger Primärstoffe, weniger CO2, es ist ein Mehrwert für die Gesellschaft, weil wir ausschließlich österreichische Sammelunternehmen, zum Beispiel über 130 Sammelunternehmen, die die Behälter entleeren und es ist natürlich ein extremer Mehrwert für die Wirtschaft, weil die einfach diese Rohstoffsicherheit brauchen und diese Sekundärrohstoffe auch wieder für die Produktion brauchen. Also es hat so viele Mehrwerte und ich sage immer, Klimaschutz ist die einfachste Möglichkeit, etwas für den Klimaschutz zu tun, einfach die Verpackungen in den richtigen Behälter zu schmeißen und jeder, der die Verpackungen in den Restmüll schmeißt, ist eigentlich ein Wahnsinn, weil es so einfach ist, da einen Beitrag für die Umwelt, für die Gesellschaft und für die Wirtschaft zu bringen. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, der Punkt dessen, wo man schon was gekauft hat, da ist das dann wichtig, was du sagst und vorher muss man noch ganz bewusst überlegen, brauche ich das überhaupt, was ich da kaufe und welche Konsumentscheidung triefe ich eigentlich? Das ist ja auch die Abfallhierarchie, die sagt ja, reduce, reuse, recycle. Also einmal überlegen, brauche ich es überhaupt, wiederverwenden, aber wenn die Verpackung nicht mehr wiederverwendet werden kann und wenn sie schon im Haushalt ist, dann bitte in das richtige Sammelsystem werfen, dann hat man zumindest noch diesen Mehrwert, den ich vorher erwähnt habe. Ich glaube, jetzt haben wir alle relativ viel gelernt über Verpackung. Ich finde es ein sehr spannendes Thema, ist auch ein Thema, das was unsere Hörerinnen und Hörer interessiert grundsätzlich, weil es auch immer wieder nachvollkommen, wie ist das eigentlich und ich bin voll froh, dass du heute da ein bisschen aufgeklärt hast und uns eine Sicht gegeben hast auf das, wie wir zukünftig handeln können, dass wir unseren Werten entsprechend dann auch richtig agieren. Herzlichen Dank. Ich sage auch Danke zu allen da draußen, die das auch fleißig machen. Wie gesagt, neun von zehn Österreicherinnen und Österreicher sammeln perfekt, unterstützen unser System perfekt, sonst hätten wir nicht so hohe Quoten. Es macht absolut Sinn, die Verpackungen werden so weit geht getrennt, wiederverwertet, gehen zurück in die Industrie. Es wird nicht alles zusammengeschmissen, es wird nicht alles verbrannt. Also danke für die Unterstützung und unbedingt weiterhin die Verpackungen richtig im richtigen Behälter entsorgen. So machen wir es, also weitermachen und es macht dann Sinn, dass wir wirklich trennen. Das ist auch voll schön zu hören, weil dann wissen wir, dass wir es nicht umsonst machen. Aktiver Klimaschutz in der einfachsten Art und Weise. Herzlichen Dank, Harald. War wirklich voll spannend und voll schön, dass du mit dabei warst und wir hören sicher das nächste Mal. Fiat euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.